Hallo, hi, Paul hier. Herzlich willkommen auf meinem Voice Reel. Viel Spaß dabei. In einer Welt, in welcher Lügen, Grauen und Unbarmherzigkeit das Einzige sind, was die Erde noch kennt, begibt sich ein Junge auf den Pfad, das Licht zu finden. Monster gibt es auch in menschlicher Form. Wird dieses Kind der Welt den Frieden zurückbringen? Erfahre es im März 2021. Nur im Kino. Ich weiß, ich weiß wohl, was du liebst in mir. Es ist die Glut in meiner Brust. Es ist die zauberhafte Zier, ihr tief geheimen Innern Lust. Die strahlt aus mir und ruft zu dir. Schließ mich in einen Felsenstein. So ruf ich dich durch Mark und Bein. Komm, lebe, liebe, stirb bei mir. Du musst, du musst. Mir ist langweilig. Wieder mal bei einer öden Familienfeier und keiner weiß so richtig, was gesagt werden soll? Ha ha ha! Dann holt euch jetzt die neuen Partykracher von Spielkatz und verwandelt eure lahme Feier in Sekunden zum absoluten Raver-Event, bei dem es sogar Opa von den Socken haut. Yeah! Jetzt neu von Spielkatz. Dieser schwarze Ritter. Es war ein Traum. Schlaf ruhig. Das kommt nicht wieder. Ziri hatte derlei Versicherung schon oft gehört, früher. Man hatte es ihr viele Male gesagt, sie wieder und wieder beruhigt, wenn sie mitten in der Nacht von ihrem eigenen Schrei erwacht war. Doch jetzt war es anders. Jetzt glaubte sie es. Alles jetzt, Gerald von Rieber sagte. Der weiße Wolf, der Hexer, der ihre Vorherbestimmung war, dem sie vorherbestimmt war. Der Hexer Gerald, der sie inmitten von Krieg, Tod und Verzweiflung gefunden, sie mit sich genommen und versprochen hatte, dass sie sich nie mehr trennen würden. Sie schlief ein, ohne seine Hand loszulassen. Und jetzt mal ein paar Stimmen. So, wie geht's uns denn heute? Nicht so gut. Mir geht's prächtig. Das Spiel gestern war nicht so toll. Gefallen es sehr, mir hart. Ja, prima. Ach, dann hätten wir ja heute alles geklärt. Ja, das haben wir. Kein Problem. Alles gut. Hihi, tschüssi. Hey, du, komm mal zurück hier. Das geht aber so nicht. Doch, das geht so. Ich hab keine Lust mehr. Ciao. Na gut, dann beenden wir die Sitzung heute. Tschüss. Tschüss.